Gerade einmal zwei Wochen hatte der 26-Jährige den Magistertitel in der Tasche. Da saß er schon im Flugzeug nach New York auf dem Weg in ein neues Leben. Frame 11 heißt die Firma, bei der er jetzt bereits seit drei Monaten arbeitet. Ich habe bei denen im Zuge der FH mein Praktikum absolviert und habe mich dann so bewährt, dass sie mir nachher einen Job anboten haben, nachdem ich die FH fertig gemacht habe. Frame 11 ist eine Video-Post-Production-Company. Das heißt, hier wird Videomaterial nachbearbeitet, was Ton, aber vor allem Grafiken angeht. Motion Graphics, zu Deutsch Bewegtbildgrafik, wird eingesetzt bei Film und Fernsehen, zum Beispiel am Anfang und am Ende für Titelgrafiken. Wahnsinnig viel Geld für Motion Graphics wird in der Werbung ausgeben. Logos werden heute einfach nicht mehr einblendet, sondern die werden auf manchmal sehr aufwendige Art und Weise animiert. Wichtig für jemanden in der Post-Production ist es, beim Dreh dabei zu sein. Also wenn man mit Greenscreen dreht, dass man einfach sagt, okay, so und so kann das nicht funktionieren, man muss das neu ausleuchten und der Regisseur fragt dann immer wieder, ob man nicht irgendwie welche Inputs hat. Auch wenn er eigentlich gerade noch am Anfang steht, für Flo ist heute schon klar, für immer will er nicht in dieser Firma bleiben. Ich bin Rookie, ich bin gerade erst aus der FH draußen und das wird jetzt einfach noch ein paar Jahre dauern, bis ich mich auch in dem Business gefestigt habe. Für eine Zeit lang ist das auch gut, aber rein wegen der Stadt, also Leben, mein ganzes Leben könnte ich da nicht verbringen.